Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTE Online. Leute, heute habe ich keinen Klick für euch, auch keine Tipps oder Tricks. Nein, heute geht es darum, dass ich euch ein Geheimnis verraten werde. Und zwar lüfte ich ein Geheimnis. Ich habe lange überlegt und denke, es ist jetzt wirklich an der Zeit, nach über vier Jahren, werde ich es bekannt geben, dass ich ein Doppelleben führe. Ich bin jetzt gerade, wie ihr gesehen habt, im Hintergrund unterwegs in eins meiner Apartment, und zwar das Doppelstöckige im Tinsel Tower. Jeder kennt das eigentlich, dieses mit der Zehner Garage. War ja lange Zeit das einzigste Apartment mit einer Zehner Garage. Und ja, hier werde ich euch das Geheimnis jetzt verraten. Es fällt mir nicht leicht, ich hole noch mal tief Luft. Ja, und es geht los. Ihr werdet es nicht glauben, aber es stimmt. Denn ich bin Batman. Leute, ich bin im Batman. Guckt euch das an. Ich bin Batman. Ihr glaubt, dass es ein Geheimnis gibt oder ein Doppelleben. Nein. Aber das dicke Ende, das schreibe ich euch jetzt noch nach. Da ist es. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten blöden Video. Euer Wuppe. Bis zum nächsten Mal.